Tritt vor, Knappe Russa. Empfange den Ritterschlag und erhebe dich als Ritter Russa vom Feuerturm. Tritt vor, Knappe Merlien und empfange den Ritterschlag. Erhebe dich als Ritter Merlien mit der Feuerturm. Meine ersten zwei Ritter, Merlien mit dem Feuerturm und Russa von der Feuerturm. Ach, von Gottes Wind, ja, ihr habt recht, dass ihr lacht. Ich bin alt und vergesslich. Ich brauche Nachfolger, die meine schwere Pflicht der Ritterschläge erledigen können. Aber dazu braucht ihr natürlich auch schöne Burgen. Empfangt bitte eure Burgen. Und mit diesen wunderschönen Burgen sollte er ab nun meine ersten Ritter sein. Knappe Ayaz, Tritt vor. Empfange den Ritterschlag. Erhebe dich zum Dreiköpfigen, Ayaz mit dem Dreiköpfigen Rache. Erhebe dich zum Dreiköpfigen, Ayaz mit dem Dreiköpfigen. Erhebe dich zum Dreiköpfigen, Ayaz mit dem Dreiköpfigen. Erhebe dich zum Dreiköpfigen, Ayaz mit dem Dreiköpfigen. Ich kann das mal sehen. Tritt vor, Knappe Macello. Empfange den Ritterschlag. Erhebe dich als Ritter Macello von Löwenzahn. Tritt vor, Knappe Matthias. Empfange dich zum Ritterschlag. Und erhebe dich als Ritter Matthias Baumgartner von der Schaufel. Tritt vor, Knappe Melissa. Tritt vor, Knappe Matthias Baumgartner von der Schaufel. Eintreten, Knappe Nico. Empfehle dich zum Ritterschlag. Und erhebe dich, Ritter Nico Bonazzi von Italien. Tritt vor, Knappe Timur. Entfange den Ritterschlag. Und erhebe dich als Ritter Ferdinand von Feuerbogen. Tritt vor, Knappe? Und erhebe dich als Schaufel. Entfange den Ritterschlag. Soll das nicht. Und erhebe dich als Herr Schaufel. Und erhebe dich als Herr Schaufel. Empfange dich zum Ritterschlag und erhebe dich als Ritter Leo von der Drachenhöhle. Tritt vor, knappe Stefania, empfange dich zum Ritterschlag und erhebe dich als Ritter Leo von der Sonne zu Ritterin Stefania von der Sonne. Tritt vor, knappe Stefania, empfange dich zum Ritter Leo von der Drachenhöhle. Tritt vor, knappe Stefania, empfange dich zum Ritter Leo von der Drachenhöhle. Tritt vor, knappe Sarah, empfange den Ritterschlag und erhebe dich als Sarah mit den Hardenbabys. Tritt vor, knappe Alex, empfange den Ritterschlag. Und erhebe dich als Alex von dem Muskeltier. Tritt vor, knappe Stefania, empfange den Ritterschlag und erhebe dich als Emo mit der saurandenen Katze. Hei! Hei! Und erhebe dich als Matthias von der Drachenhöhle. Und erhebe dich als Matthias von der Drachenhöhle. Nee, nee, der Punkt, der Thema. Du musst das sagen. Hä? Russa. Und erhebe dich als Du bleibst um. Du bist das Haus. Untertitelung des ZDF, 2020